Die Shaw Brothers Hongkong bringen einen neuen Weltklasse-Hit der Eastern-Welle. Der Todesschlag der Stahlfinger. Mit T-Lung in einer seiner Glanzrollen. Ein Mann kämpft allein gegen einen Clan-Skrupelloser und machtgieriger Verbrecher. Wird gejagt und gefoltert, bis es ihm gelingt, das Haupt der Bande unschädlich zu machen. Gib auf, Jenan Faye. Nimm deine Maske endlich ab. Oh, du glaubst wirklich, er wäre der Boss? Der Todesschlag der Stahlfinger. Ein Film, der Kung-Fu mit allen Finessen zeigt. Jaakon! 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 Der Todesschlag der Stahlfinger. Kämpfe auf Leben und Tod. Angst und Schrecken in der Stadt des Phönix. Ein Film, der das Blut in den Adern erstarren lässt. Der Todesschlag der Stahlfinger. Ein Meisterwerk des Actionfilms mit den Superstars des östlichen Kung-Fu. Ein Film, der bis an die Grenzen des Erträglichen geht. Der Todesschlag der Stahlfinger. stormut ATELFinger. Bete an als Seventrum. Grant. Mist strict. Jawahne. MitPA.